Es ist Zeit, dass es wieder losgeht. Jetzt bekommt ihr das, worauf ihr so lange warten musstet. Die German Football League ist nach einem Jahr Pause zurück. Zum Auftakt der Season Opener die Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Ravensburg Razorbacks. Live am 4. Juni um 18.30 Uhr auf Sport1 im FreeTV.